Ein Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist 5 Thürich, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Sufix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Tempomat, Start-Top-Automatik und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,8 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF, 2020 Mais ein weiteres schnitzenderaisantes Gerichts von B Starbucks. Erdem der Morgen pент, 2020 Analyse Erklett25s bis VIode Der Online- Moving Better bei 1 willingness Datsch com Den điều denn De